Die Talfa ist ein Fluss in Südtirol. Sie durchquert das Sahntal und die Sahntaler Alpen von Nord nach Süd. Ihren Ursprung hat die Talfa am Osthang des Ponce-Weißhorns. Sie durchfließt den Ponce-Tal genannten nördlichen Abschnitt des Sahntals. Nimmt bei Astfeld den aus dem gleichnamigen Nebental fließenden Dornholzerbach auf und durchquert zuletzt die Sahnerschlucht um nach 45, 5 Kilometer Länge auf einer Meereshöhle von 259 Meter in Bozen in den Eisack zu münden. Mit einem Einzugsgebiet von 429 Quadratkilometer ist die Talfa einer der größten Seitenzubringer des Eishecks. Wichtige Zuflüsse sind neben dem Dornholzerbach noch der Tanzbach und der Öttenbach. Auf seiner Wegstrecke durchquert oder berührt der Fluss die Gemeindegebiete von Sahntal, Jenesien, Ritten und Bozen. Mehr noch als die größeren Flüsse Eisack und Ätsch ist die Talfa der Flussbozens. Die Stadt wird daher auch Talfa-Stadt genannt. Der Name Talfa gehört zu den ältesten Bezeichnungen im Raum Bozen und dürfte so viel wie Schuttbachbett bedeuten. Die Flurbezeichnung Talfa-Gries im Bozener Stadtviertelzentrum ist somit gleichsam tautologisch, da Gries auf AHD Sandkies zurückzuführen ist. In Bozen gibt es mehrere Straßennamen, die sich auf die Talfa beziehen. Talfa-Gasse zum Talfa-Gries-Bozener Wassermauer, Grieser Wassermauer und Grier einer Wassermauer. Bis zur Erbauung der beiden durchgehenden Talfa-Dämme der Talfa wurden die Bozener und Grieser immer wieder von Überschwemmungen heimgesucht. Einer großen Überschwemmung von 1541 verdankt Bozen-Gries die älteste überlieferte Stadthansicht, angefertigt von dem damaligen Bürgermeister Leonhard Hördmeier. Im Jahr 1900 ließ die Bozener Stadtverwaltung unter Bürgermeister Julius Peratonner von der Firma Wagner-Biro eine neue Talfa-Brücke errichten. Sie ersetzte die alte Holzbrücke, die seit Jahrhunderten die Landgemeinde Gries mit dem Zentralort Bozen verbannt und schon seit dem 14. Jahrhundert bezeugt ist. Die Brücke, deren Beseitigung bereits vom Faschismus aus politischen Gründen geplant war, musste ab 1975 wegen Überlastung gesperrt werden. Eine Bürgerinitiative konnte den geplanten Abriss verhindern. Nach umfassender Sanierung konnte die Talfa-Brücke 1990 wieder für den Verkehr freigegeben werden. Seit den 1970er Jahren ist durch die Regulierung des Talfa-Betts am Bozener Stadtgebiet eine weitläufige Erholungszone und grüne Lunge entstanden, die mit ihren Sportanlagen, Laufwegen und Liegewiesen heute wesentlicher Teil des städtischen Freizeitangebots ist. Sehenswert ist die gedeckte Brücke über die Talfa in Sahnthein.